Anton! Stefan! Komm! Er ist am Anfang geschüchternd, aber nachher geht das. Ja, ja! Kein Problem! Komm! Willst du da sitzen? Willst du wohl alles probieren? Am Klipp oder? Du kannst richtig drauf sitzen. Dass es richtig bequem ist. Genau! Jetzt... Jetzt haben wir hier ganz verschiedene Töte. Was soll man für einen Ton einstellen? Wenn wir Klavierton, wenn wir Flöten, wenn wir Flöten lassen. Aber weisst du was? Ich nehme mal einen Ton, den wir nie hatten. Mal schauen. Kennst du das Instrument? Ich probiere mich jetzt einmal schon etwas aus. Ähm... Jetzt kannst du irgendetwas spielen. Und ich probiere... ...durch Spaghetti. Kannst du immer irgendetwas spielen. Und hier machen wir eine Begleitung dazu. Du möchtest nur mit ein Töte. Probieren wir uns... Genau! Wir lassen Sie mit ein Töte. Genau! Sehr gut! Und hier machen wir uns ein paar Zeige... Let's watch out. Super, cool. So, come on, let's go. Willst du mal etwas probieren? Komm, wir machen doch mal etwas. Irgendwie in Deutschland. Jetzt haben wir mal. Los, Clover. Jetzt spielen wir. Genau. Wie voran. Kannst du irgendetwas spielen und ich probiere auch Clover-mäßig dazu. Ja. Ja. Ja, ich hab meine Hand. Ja! Grüezi miteinander! Ja, das ist ein sehr guter Tag! Erstmal! Kleines Konzept!